Lalalala, so, nach oben, ja, zack, dann gehen wir hier dran, noch ein bisschen hochklettern, ja, genau, dann einmal schwingen, juu, und Timmy schwingte sein Ding und schwingte und schwingte und traf das Seil. Hast du das Tor links schon aufgemacht, Tor links, da fragst du mich was, das ist eine gute Frage, uah, ich schwimme zurück, das mit dem Hut, das sieht aber auch aus, ne. Hallo Jungs, na, immer noch am Start? Ja, Edith Finch, das hab ich heute gesehen im Store, den Trailer, das macht Bock irgendwie auf mehr, dieses Edith Finch. Da, 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 irgendwie, da krieg ich irgendwie Bock auf mehr, das, was ich, nein, oh, fuck, ich bin so schlau. Ah, dieses Edith Finch, das, das, wie gesagt, und Little, ja, Little Nightmares, da kommt ja das Let's Play, da hab ich ja gesagt, das mach ich ein Let's Play von. Aber Edith Finch, das hab ich gesehen, das, das interessiert mich. Timmy, juhu, Timmy, lieber hoch. So, warte, 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 warte. Achso, Jungs, ich komme. Alle an Bord. Gut, dann geht's nach oben. So. La, 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 la. Links ein Tor öffnen, da gucken wir nochmal. Hier sind wir unten links, das war mit der, mit der Lore, ne. Das hatten wir ja schon. Hilfe mit, Jungs. Wie es aussieht. Stopp, okay. So. Kann nochmal vorsichtbar nochmal alles durchgucken. Na. Yay. Hoch, liebe Timmy. Voll zombie-like. Sind die auch? Die sind voll zombie drauf. Achso, an übrigens, an einen Zuschauer, der gerade zusieht. Ähm. Nein, was machen die denn? Oh, sind die wohl, schieben die die Reisine erst weg. An einen Zuschauer, der gerade zusieht. Äh, ich kann gerade nicht aufs Handy gucken, weil ich gerade das Handy nicht in der Nähe habe. Nur so zur Info. Ähm. Nur zu, zur kleinen Info. In der Mitte links. Ich probiere es mal. Ich fahre nochmal mit dem Fahrschlummel eben. Warte. Äh. Und oben links, da war der Kasten, wo die rausholen musste oder so. Das habe ich doch Mitte links. Das probiere ich mal mit dem. Ding. Elfter Stock. Wildraumforschung. Ist aber nur die geilste Werbung von früher, von BP. Aber hier war ich doch schon, oder? Folch mir, Jungs. Jo, 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 jo. Ach, hier. Stimmt. Jo. Na, lass mich los. Alter, warum fassen die mich immer an? Ist hier noch jemand? Wo ist das denn? Lol. Äh. Toll. Jetzt, wo sie mich rüberwerfen sollen, da machen sie es nicht. Oder was? Schmeiß mich rüber. Ja. Juhu. Äh. Was ist das denn? What the fuck? What the fuck is this? Im richtigen Moment, oder? Kann das sein? Oh. Das ist die geilste Achterbahn, die ich je gesehen habe. So. Ich bin Achterbahnbremser Timmy. Wer will nochmal werden? Noch nicht. Nächste Runde rückwärts hier. Wup, wup. Wui. Und nach vorne. Und yeah. Wuhu. Ein, zwei, drei, vier. Ja, fünf. Passt ja. Der eine war hier und die vier waren da oben. Dann haben wir sie jetzt alle. So. Da war es also noch nicht, du Schlingel. Ja. Survival. Watschel, 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 watschel. Alter, der geilste ist der mit dem hellen Shirt. Okay, ich weiß. Ja, der, 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 der hier. Der einzige mit dem hellen Shirt, der keine Hose trägt. Ey, hier, der vorne ist. Vorne, vorne jetzt. Vorne rechts, Alter. Das ist der geilste. Ich trage keine Hose. Ich trage keine Hose. Äh, ich bin der Arkt. Hier war das auch, ne? Glaube ich, rechts, ne? Hallo, ich bin der einzige, der keine Hose trägt. So. Alter. So, alle drauf. Kommt. Jungs, Mädels, los. Alle, komm. Juhu, ciao. Danke, Jungs. Kann ich das absetzen hier, das Scheißding? Alter, wow, wat? What the fuck? Ähm. Was? Äh. What the fuck? Okay. Schiaue? Eine irgendwie Druckwelle oder so? Hü贏. Ach, krass. Schaffe ich das? Hü贏. Oh Gott. Uah. Was ist das hier? Wofür ist der? Wofür ist denn der? Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht im Leben. Oh nein, 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 nein. Alter. Ciao, Timmy. Mach's gut. Das Wort heißt Nukular. Okay, ich warte mal. Ach so. Oh Gott. Oder muss ich es anhalten? Ich probiere es mal. Das schaffe ich doch gar nicht. Das schaffe ich nicht im Leben. Der arme Timmy. Timmy, Timmy, Timmy. Und da fliegt er weg. Hui, fliegt er voll aus dem Bild. Oh, ich drehe dich voll aus dem Bild. Und wenn ich mit dir fertig bin, frau ich noch deine Freunde. Also bis dahin komme ich. Okay. Ja, schaffe ich das? Ja. Und jetzt? Jetzt habe ich aber nichts hier. What the fuck? Wie soll ich denn da hinten weiterkommen? Wie soll ich denn da hinten weiterkommen? Das schaffe ich nie im Leben. Bye, bye, Timmy. Das schaffe ich doch nie im Leben. Wie soll ich das denn schaffen? Mal ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ah, ich glaube schon. Krass. Boah, krass. Nein, 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 nein. Huah, alter. Huah, alter. Was? Oh, 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 oh. Äh. What the fuck? Wui. Alter, was? Oh, 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 oh. Yeah. Superman wäre neidisch, ja. Ich glaube auch. Vor Begeisterung geplatzt. Und jetzt? Oh nein, nein. Oh Gott. Timmy flog durchs Bild. Er wollte schon immer vor der Kamera stehen. Timmy war schon immer ein Großer. Das funktioniert so nicht. Jetzt vielleicht? What the fuck, Alter. Wo muss ich hin? Was? Fick dich. Ich war schon so gut wie unten. Fick dich. Ich kann schwimmen. Mann. Gibt's doch gar nicht. Oh, Alter. Oh, Gott sei Dank. Was ist das jetzt? Puh. Timmy. Timmy. Ein Fahrstuhl. Mhm. Mit Türen. Und wir drücken den Knopf und wir schauen, wo wir hinkommen. Äh, mit Alarm. Oh, oh. Oh, oh. Das sieht nicht so aus, als würde ich den Fahrstuhl lange halten. Oh. Ähm. Timmy. 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 Du musst mir echt Sorgen. Boah, wie geil das Spiel einfach ist. Man kommt einfach nicht los, einfach weiter zu spielen. Das ist so geil. Ich will einfach weiterspielen. Das ist so cool. Juh. Äh. Aber Will kann ich aufhören? Du solltest Inspektör für Fahrstühle werden. Ja, ich glaube auch. Bei Timmy kommt immer South Park im Sinn. Ich bin nicht so der South Park-Gucker. Ich gucke keinen South Park. Das ist nicht meine Welt. Ah, ja. Mhm. Ich verstehe das Problem. Das werde ich nicht schaffen. Ich glaube nicht. Oder? Doch. Hui. Okay. Wo bin ich hier? Da steht eine Dreie an der Wand. Da hinten ist ein Golf-Caddy oder was auch immer. Bald kommt die ganz tolle Szene. Was? Die ganz tolle Szene? Ganz tolle Szene. Was für tolle Szene. Will ich das wissen? Oh Gott. Ich hoffe, die alte lässt mich in Ruhe. Mit den strubbeligen Haaren da. Die im Wasser. Okay. Da oben ist der Knopf. Erstmal da hin. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube... Warte mal. Wenn ich den als erstes ziehe... ...dann den... ...na. Dann den Knopf drücke, wenn der da oben so weit ist. Na, ich bin so schlau. Oh. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war scheiße. Jetzt muss ich erstmal den Knopf nochmal drücken. Ich hab keine Idee, Junge. Schweine. Das heißt, erst muss ich ihn ziehen, ne? Dann muss ich ihn ziehen. Dann hier drauf. Dann da rüber. Knopf drücken. Genau. Kann ich mir nur so vorstellen, weil... ...macht am meisten Sinn. Jetzt wahrscheinlich irgendwie rechts rüber oder so. Denk ich mal. Mit der Playstation schreibe ich mich echt mühsam. Kauf dir das und tue. Oder so eine Tastatur für den Controller. Hab ich auch noch hier. Alter. Ihhh. Wer ist das denn? Oh Gott. Er trinkt gleich. Oh, warte mal. Nein, 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 nein. Tauch auf. Warum taucht er nicht auf? Wieso? Wieso? Oh Gott, die Alte. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Die soll abhauen. Die soll abhauen. Die soll abhauen. Huh. Alter. Die soll weggehen. Die ist so scheppig. Du riechst nach Maggi. Geh weg. Ui. Ui. Guck mal, Timmy schwingt schon wieder sein Ding. Ui. Gut. Geh weg. Ciao. Kann ich hier oben was machen? Ah, das ist ein Leiter. Ach so. Oh, Alter. Die ist so fürchterlich. Die Alte. Die Alte von The Ring.